Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie unserem Pointe de Presse beiwohnen. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Ausweitung des Covid-Zertifikats würde zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Einige Kantone wollen, dass das Covid-Zertifikat auch im Gastgewerbe zur Pflicht wird. Der Bundesrat preschte an seiner heutigen Medienkonferenz in dieselbe Richtung. Gastro Suisse wehrt sich dagegen und zieht dieser Entwicklung mit grosser Sorge entgegen. Im Übrigen wäre ein solcher Entscheid auch verfassungswidrig. Eine Zertifikatspflicht wäre diskriminierend und würde die Gesellschaft eindeutig spalten. Kommt hinzu, dass dadurch in der Gastronomie massive Umsatzeinbußen entstehen würden und der Bundesrat muss unbedingt wirksamere Alternativen prüfen. Erst noch sprach der Bundesrat davon, dass unser Land in Richtung Normalisierung geht. Und nun zeigt er sich plötzlich von der Idee einiger Kantone angetan, dass der Besuch eines Restaurants, einer Bar oder eines Kaffees nur noch mit Covid-Zertifikat möglich sein soll. Rund 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung würden dadurch von einem wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens ausgegrenzt. Der Bundesrat und einige Kantone scheinen nicht zu berücksichtigen, dass der Besuch eines Restaurants für ganz viele Leute alltäglich ist. Im Gastgewerbe kehren täglich zweieinhalb Millionen Menschen ein. Folglich könnten über eine Million Menschen nicht mehr ins Restaurant, in ein Kaffee oder in eine Bar gehen. Weil kaum jemand wird sich nämlich für den Genuss eines Kaffees oder eines Feierabendbiers in einem Restaurant testen lassen. Im Übrigen würden die verfügbaren Testkapazitäten nicht ausreichen. Es gibt Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen können. Spekulationen darüber, diese jetzt vom gesellschaftlichen Leben auszuschliessen, ihnen den Zugang zu gastgewerblichen Betrieben, in denen auch viele Familienfeiern zu allen Anlässen stattfinden, zu verwehren, birgt sozialpolitischen Sprengstoff. Aber nicht nur für das Geschäft gesellschaftliche Zusammenleben wäre das fatal. Auch für die Gastronomie wäre das schlimm. Viele Betriebe würden neben den geltenden Kapazitätsbeschränkungen zusätzlich massive Umsatzeinbußen erleiden. Denn eine solche Massnahme bedeutet bei der noch tiefen Impfquote eine massive Senkung des Gästepotenzials, was einer Teilschliessung bzw. einer zusätzlichen Kapazitätsbeschränkung gleichkommt. Gemäss Artikel 1a des Covid-19-Gesetzes müsste der Bundesrat aber die Kapazitätsbeschränkungen für öffentlich nicht zugängliche Einrichtungen aufheben, sobald der impfwillige, erwachsene Teil der Bevölkerung ausreichend geimpft ist. Der Bundesrat würde somit mit der Zertifikatspflicht diesen Gesetzesartikel verletzen. Meine Damen und Herren, Meine Damen und Herren, Selon nos sources, Les chiffres d'affaires